Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Downloader. Wir sind immer noch am Bauen. Und zwar bauen wir jetzt InDesigns, wenn ich herausgefunden habe, warum ich keinen Ton habe. Wenn ich keine offensichtliche Ursache gefunden habe, warum ich keinen Ton habe. Unsere Verteidigungsstation. Wir haben hier von Haus aus eine Verteidigungsstation vorgegeben. Ich glaube, es ist der Bullshit. Da kommen wir auch wieder weg. Wir nehmen uns zunächst mal das dritte geladene Handwürfe. Wir hatten hier für LP schon einiges gebaut. Das sind hier doch bisher alles nur mobile Kampfschiffe. Nun, warum wollen wir nicht nur Kampfschiffe, sondern auch Stationen haben? Man könnte natürlich erst mal denken, auch Stationen sind totaler Schwachsinn. Wir könnten genauso gut einfach eine Kampfflotte da hinstellen. Die macht genau das Gleiche, nur hält es immobil und so und ist viel besser und alles. Das ist so nicht der Fall. Der große Vorteil an einer Raumstation ist, dass die Hälfte des Pleiskusses... Warte ich jetzt einfach nur leise. Wenn ich ganz, ganz laut mache, kommt da irgendwas. Aber Musik bleibt aus irgendeinem Grund weg. Sehr seltsam, egal. Stationen kosten deutlich weniger Unterhalt, sind auch sonst deutlich billiger und auch deutlich stärker als ein Flaggschiff derselben Größe. Außerdem muss man bei Stationen einige Dinge beachten. Ich werde jetzt einfach mal bei der elementarsten Station, die wir bauen werden, drüber gehen. Das wird eine sehr kleine Station, mit Größe 25. Die besteht aus einer Brücke und einer Reihe an Lasern. Das sind ja immer die ganzen Feuerbögen. Ne, wartet. Wir machen das Ganze anders, wir setzen einfach nur die Brücke und dann bauen wir die Laser. Achso. Und zwar müssen wir bei der Stationen einige Dinge besonders beachten. Wenn ich hier noch ganz kurz überlege, Stationen drehen sich nämlich im Raum. Also sie können sich nicht selbstständig drehen und kontrollieren. Sie drehen sich einfach langsam. Und deswegen müssen sie grundsätzlich, das ist ein großer Vorteil, weil eben die beschädigte Seite in einem Kampf immer weiter weggedreht wird. Und sie so außen sehr gleichmäßig bearbeitet werden von den Gegnern. Jedoch drehen sie sich halt auch immer weg halt. Das heißt, man muss eine Station so bauen, dass sie zu allen Seiten hin fähige Verteidigung hat. Dann gibt es jetzt natürlich einige Waffen, die sinnvoller sind. Viele Leute setzen kaum Laser auf Stationen, weil die ein vergleichsweise begrenztes Schussfeld haben. Genauso wenig wie Railguns, aber man sieht, die haben deutlich mehr. Die meisten Leute verwenden auf ihren Stationen Raketen. Davon bin ich überhaupt kein Freund, weil ich von Raketengestriebenen Waffen, wie bereits mehrmals gesagt, schlicht und ergreifend überhaupt kein Freund bin. Ich verwende auch auf der Station wieder Laser. Das führt natürlich dazu, dass nicht alle Laser zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Einsatz sein können. Darüber bin ich mir vollkommen im Klaren. Aber naja, ich denke, dass es trotzdem wert ist. Und die Station dreht sich auch immer wieder so hin, dass man den Laser dann abfeuern kann. Wir setzen deswegen jetzt einfach ein paar hier hin. Ausreichend viele, damit wir immer in jede Richtung ein wenig Schussfeld gewährleisten können. So, dann brauchen wir ein bisschen Supply Storage. Oh, wir brauchen mehr Control. Gut. Lassen wir hier hin und hier hin noch eine Brücke. Dann kommt ein Vision Generator nach hier. Und noch ein Supply Storage nach hier. Wer hast du jetzt? Na, viel zu viel. Ähm, was tun wir da vorne hin? Haben wir irgendetwas Sinnvolles, was man da noch hin tun kann? Fragen wir mal so rum. Nein, haben wir nicht. Okay, ähm, wir setzen dorthin Supply Storage oder Support Storage. Vielleicht hätte die denn 1,44. Okay, das kann man uns sparen. Dann kann man Supply Storage. Und damit haben wir hier eine vernünftig funktionierende kleine Station Größe 25. Das ist der Guardian. So. Ähm. Der ist nicht wirklich stark. Der kostet aber auch so gut wie nichts. 31.000 nur. Ähm, davon kann man problemlos mal so 20 oder 30 irgendwo hinsetzen. Und die sollen dann halt vor allem gegen Kronieschiffe und so verteidigen. Und ja, man sieht hier halt. Wir setzen uns auch mal ein paar von denen. Wir sind nicht mehr wirklich sichtbar. Und ja, jetzt sehen wir, sind die da vorne sind die halt. Und wenn wir dann einen leichten Tiger da reinjagen, freuen die halt auf den. Ähm, dann sehen wir jetzt gleich auch, dass nicht alle Laser gleichzeitig feuern. So, komm schon. So. Äh, ich will jetzt auch mal sehen, wie effektiv die Waffen sind. Die sollten ja genau genommen eigentlich eine Überzahl sein. Das würde ich mal hier einfach anhalten. Äh, sie machen nicht wirklich viel Scham, wenn ich das mal so sagen dürfte. Und der schaltet sich halt ein nach dem anderen aus. 0,9... Da, genug für eine Größe 25 Teil ist das eigentlich viel zu wenig. Ne, das gefällt mir so nicht. Das läuft mir nochmal weg. Wir bauen uns ein bisschen größer. So, wir bauen die vernünftige Brücke in die Mitte. Wir bauen eine Waffnung, einen Laser. Dann mache ich hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Und dann bauen wir optional Generators nach hier, 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 hier und hier. Also mit einem Feld weiter außen. Äh, benutzen ein wenig Panzerung. Hier können wir, glaube ich, relativ sicher die Reaktivpanzerung nehmen. Wobei, ne, tun wir nichts. Wir benutzen jetzt mal die Blattpanzerung. So, ähm, der macht schon deutlich mehr Schaden, obwohl er gleich groß ist, nur. Diese Version des Guardians. Ähm, wenn wir jetzt hier ein paar Enemy Guardians setzen, wir einfach mal einen rein. So, man sieht hier direkt die vorhin zu allen Seiten dann. Der hat schon, um lebenlos die Stärkung, die hier vorne alle auszuschalten. Die haben halt 405, 1,1k. Warum ist der in allen Hinsichten besser? Der ist genauso groß, nur. Okay. Schauen wir mal, ob man nicht. Das ist jetzt wirklich seltsam. Aber okay. Leichten Dreck hätte ich ganz gerne weggehauen. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Größe 25 Guardian, der 10,2 Schaden macht. So eine Station angreift. Ich habe Inhalt mit so ganz kleinen Stationen wirklich jetzt selber nicht allzu erfahren. Ich baue da eher Größeres. Ich würde sagen, wenn das so gut funktioniert, erweitern wir das Ganze noch eine Runde. Geben noch mehr Laser Platz. So, und dann gehen wir weiter nach außen. Und nehmen dann diese Panzerung hier vorne immer weg. Zunächst einmal brauchen wir mehr Supply. Äh, mehr Energy, meine ich. Ähm, wenn wir hier überall noch einen weiter dran setzen, wie sieht es dann aus? Und noch einen. Okay, so funktioniert das Ganze. Das heißt, wir bauen das so. Und dann hätte ich hier ganz gerne noch... Auch noch. So. Hier ganz gerne noch Supply hin. Damit wir ein bisschen langlebiger sind. Und dann benutzen wir auch hier wieder Plate Aimer. Also, das Ganze ist panzerungstechnisch zwar nur mäßig. Ich hatte ja die ganzen Dinge, auf die man bei Panzerung achten muss, schon früher erklärt. Aber bei Stationen kann man es halt aufgrund dessen, dass sie sich drehen, niemals wirklich gut machen. Es erscheint mir jetzt auf jeden Fall, es ist wieder stärker. Aber es erscheint mir jetzt auf jeden Fall eine sinnvolle Station. Guardian. Was man jetzt halt testen müsste, wäre, ob der ein gegnerisches Kolonieschiff aufhalten kann. Beziehungsweise ein strom an gegnerischen Kolonieschiffen. Ich bin sicher, das werden wir irgendwann noch tun, die Gelegenheit dazu haben. Jetzt setzen wir hier vorne einfach meinen Light Guardian hin. Mal gucken, ob der den besiegen kann. Ja, kein Problem. Und du hier vorne, siehst mit den. Hier vorne machen wir einfach weg. Ja, doch, scheint so. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier vorne die ganzen Guardians. Die sollen auch nicht wahnsinnig kompliziert werden. Eins, kurz weg. Der kommt auf jeden Fall auch ins LP rein. Und dann haben wir den. Okay, machen wir den. Jetzt kommen wir zu den richtigen Stationen. Ich hätte ganz gerne zwei richtige Kampfstationen. Einmal eine mittelschwere Kampfstation und einmal eine wirkliche schwere Kampfstation. Das ist dann einmal die der Außenposten. Der Außenposten ist noch ein relativ simpelisches Schiff. Hat eine Brücke in der Mitte. Er erhält dann einiges an Supply Storage. Und eine erste Panzerschicht um die Brücke herum. Soll halt im Prinzip ein vollkommen unabhängiger Außenposten sein. Hat einiges an Supports. Panzert das Ganze noch einmal. Und hat am Außen einige Waffensysteme. Wenn er den ja auch genauso genommen jetzt so stehen lassen könnte. Und dann kann man da einfach... Ich würde ganz gerne Größe 275. Und dann den halt einfach mit Supportschiffen verteidigt. Machen wir aber nicht. Wir versehen den noch mit Lasern. Und zwar haben wir hier vorne vier. Das ist der Mittelpunkt. Von dem aus gehen wir bitte eins nach außen. Und dann... Und dann... Und dann... So. Diese ganzen Symmetrieachsen dann zu haben. Generell ist eine Station stärker, je mehr Symmetrieachsen sie hat. Und bei dem Sechseck. Hier sind halt drei Symmetrieachsen. In diesem Falle die, die und die das Maximum. Stationen ohne Symmetrieachsen sind im Normalfall unglaublich schwach. Mit nur zwei Symmetrieachsen. Also zum Beispiel hier und hier. Sind schon stärker. Aber im Normalfall auch nicht wirklich so gut, wie sie sein könnten. Hätten sie die vollen Symmetrieachsen. Wir bauen jetzt hier einfach mal ganz kurz unser Laser auf. Das System verwundert mich gerade halt wirklich. Weil... Wir verlieren noch nichts an Support-Command. Dadurch, dass wir das Schiff vergrößern. Obwohl wir das eigentlich die ganze Zeit tun. Dabei sollten wir eigentlich immer weniger wert werden. Haben wir das hier mit dem ganzen Interior-Space-System jetzt geändert. Das hätte ich halt wirklich mal nachsehend sein, bevor ich wieder angefangen habe hier zu spielen. Ich werde mich dann mal drüber erkundigen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal unsere Energieprobleme lösen. Und die haben wir. Ich würde sagen, wir gehen noch nach innen weiter. Weil nach außen will ich jetzt eigentlich nicht mehr gehen. Okay, wenn wir den haben, können wir dann die ganzen Support-Commands hier vorne wieder hinsetzen. Nein, können wir nicht. Okay. Aber uns fehlt nicht mehr viel. Wenn wir jetzt noch die Panzerung drumherum setzen. Mal sehen, nach dem alten System würde das jetzt wahrscheinlich funktionieren, wenn wir die Panzerung drumherum... Wobei, ne, mit Panzerung nicht. Die Panzerung würde nicht dafür zählen. Wir setzen da trotzdem schon mal. Hier rett das hier unser Außenposten. Die Linger können aber noch einmal weiter nach innen. Hier hier vorne fehlt noch der Punkt dort. Und dann aber auch genug. Ist sehr schön. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein ganz passabler Außenposten. Also insgesamt, ähm, Größe 275 macht ganz gut Schaden. Hat 260. Wenn wir Größe 300 machen. Ganz gerne glatte 300 Support. 92. Okay, wir wissen auch, Größe 290. Ähm. Man sieht, für ein Größe 290-Schiff immer noch sportbillig. Schweigen wir so ab. Und dann lassen wir den Außenposten mal gegen ein vergleichbares Schiff. Nämlich. Wir haben kein vergleichbares Schiff, das ist kacke. Also der leichte Träger ist im Unterhalt schon mal viermal zu teuer. Das bedeutet, der leichte Träger sollte den Außenposten besiegen können. Ansonsten orientiert er sich nicht. Sagen wir das mal so. Ich lasse ihn trotzdem mal gegen den mittelschweren Träger antreten. Das brauchen wir leider mittelschwerer Träger. Das brauchen Enemy Außenposten. Und dann hätte ich hier ganz gerne mit, sagen wir... Und besetzen wir den. Schlachtschiffen in klein. 20 Stück kann der mitnehmen, der hier vorne. Er hält. So, alle 20 weg. Wir sollten auch noch in der Formel, nach der wir das machen, überlegen. Kriegst du erst mal fünf Bomber. Dann kriegst du fünf... Wo sind sie? Fünf leichte Jäger. Dann kriegst du... Eine Kanone. Schlottenverstützung brauchst du nicht. Du kriegst zwei Schlachtschiffe. Kriegst fünf Schlachtschiffe in klein. Und den Rest in Tanks. Und den übrig gebliebenen Platz legen wir jetzt noch an in... ... einem weiteren Schlachtschiff in klein und eine weitere Bomber. So. Und durch hier vorne kriegst du dann... Zehn Bomber. Zehn Jäger. Fünf Fluchtunterstützungen. Drei Kanonen. Fünf Schlachtschiffe. Zwanzig Schlachtschiffe in klein. Fünfze Tanks. Ein bisschen widerstandsfähiger sein sollst. Dann nehmen wir deine Kanonen nochmal drei. Und dann die Schlachtschiffe nochmal fünf. Und dann kommen jetzt auch noch Jägerstaffeln dazu. Bis es eben nicht mehr geht. Und fünf. Und fünf. So. Gut. Die Kanonen halten sich hinten. Sehr schön. Gefällt mir. Nur hast du sechs Kanonen. Das sind nur zwei. Die anderen sind wahrscheinlich umgebrachte Flügel. Auf jeden Fall attackierst du jetzt diesen Außenposten. Und der hat ein paar Jäger. Ein paar Schlachtschiffe. Ein paar Kanonen. Okay. Geist bitte. Und das Ding an. So. Dann sollten die sich jetzt eigentlich alle umdrehen. Und die Kanonen. Die echt die weiteste Reichweite von... Oh. Die leichten Jäger noch mehr Reichweite als die Kanonen. So. Auch abgesehen davon, dass die weiter vorne sind, meine ich jetzt. Aber naja. Die Kanonen sind halt ganz vorne. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Auf jeden Fall attackiere mich zunächst mal die Gegnerischenjäger alle. Okay. Wenn man sonst halt mal bedenken, das Ding davon ist immer doppelt so groß wie der. Außenposten. Aber es sollte eigentlich... Also wenn der Außenposten das hinkriegt, dann bin ich sehr stolz auf ihn. Wird er aber wahrscheinlich nicht. Natürlich nur greifen wegen der ganzen Support-Schiffe. Mal schauen. Ja, okay. Die Neusch-Jäger-Staffeln sind jetzt nicht mehr angreifbar. Und der Außenposten wird vergnichtet. Das war klar. Machen wir es doch mal mit einem Außenposten, der nur gegen den Mittelschweranträger ohne irgendwelcher weiteren Supports antritt. Aber 4k gegen 11,5. Das sollte der Außenposten jetzt aber relativ leicht. Ja. Den haut er einfach weg. Und der war schon teurer. Wobei das hier vorne wesentlich mehr Platz verschwendet hat. Egal. Wir haben halt keinen wirklich vergleichbaren Gegner dafür. Das ist halt so. Und jetzt brauchen wir noch eine Himmelsfestung. Die wird nicht die Größe der Himmelsfestung. Danke sehr. Die Endeffnung der Himmelsfestung. Mit Größe 1.000. Erhält einen zentralen Komplex. Mit einer Crew. Dass wir jetzt auch so wenig Platz auf Stationen haben. Ich finde Stationen sollten durchaus mehr Platz haben dürfen. So. Dann nehmen wir hiervon einen gewissen Abstand. Und setzen dann hier in eine weitere Brücke. Nein, machen wir nicht. Wir setzen so. Und dann kommt hier vorne hin eine weitere Brücke. Wir kommen alle noch einen weiter nach außen. So. Virgin Crew. 1, 2, 3. Dorthin. Und dorthin. Dorthin. Und dorthin. Dann setzen wir hierhin Panzerung. Und hierhin Panzerung. Und dann bauen wir uns Waffen. Die wird jetzt vor allem Leute. Da wird schon erklärt. Wir nehmen uns Mionenkanonen hier. Weil die jetzt halt wirklich darauf ausgelegt ist Titans zu vernichten. Hier vorne hin. Ähm. Da hin. Dumf, 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 dumf. Und dann ist gerade mega spannend, weil ich bin halt leider, ich kann nicht so ganz so viel reden, weil ich selbst ein bisschen nachdenke. Ich habe natürlich viel zu lange eine Station mehr gebaut und vor allem kann die so klein sein müssen, mit 160 Teilen gerade mal. Außerdem hat sich die Meta ein bisschen verändert, soll ich das das letzte Mal gemacht haben. Das bedeutet, das sollen ja auch alles theoretisch Multiplayer-taugliche Sachen sein, dass wir die KI mit einem sorgfältig geplanten Design vermöbeln können, das müssen wir hier nicht beweisen. Das ist unglaublich einfach. Die KI kann nämlich weder auf Design 52 reagieren noch sonst was machen. Wirklich spannend wird sowas natürlich als Multiplayer. Ich werde auch vielleicht nachher, wenn ich die ganzen KI-Spiele, die ich mir jetzt vorgenommen habe, durchhabe, ein wenig Multiplayer spielen. Wir werden sehen. Und vielleicht ein paar Multiplayer-Spiele aufnehmen, meine ich damit. So, dann setzen wir hier vorne hin Laser. Einfach so. Ja, es wird halt plötzlich jetzt einfach wirklich knapp. Ein Glück zählt aus und dann zeige ich dazu, sonst ist das schon lange vorbei. Aber wir kommen, glaube ich, trotzdem nicht hin. Ähm, Defense. Lass wir vorne jetzt einfach alles voll machen. Ja, das passt nicht und immer. Da sind zwei. Und dann erzählen wir, wie viele Plätze wir denn so viel haben. Wir haben 18 zu viel. Das war so 1, 2, 3. 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Und dann noch drei weitere. Wenn wir die alle wieder weg machen. Und dann auch dementsprechend die hier vorne alle weg machen. Und dann die Hauptpanzerung hier außen lang laufen lassen. Okay. Was haben wir hier unten lang? Weil hier haben wir eine Bonus-Panzerplatte drauf. Ich glaube, weil es so schön ist, die Brücken normal speziell zu schützen. So. Und dann müssen wir noch einen drinnen, die nötigen Dinge bauen, um das Ganze hier zu sichern. Das bedeutet, dieses ganze Zeug dort wird ersetzt durch zunächst einmal brauchen wir Reaktoren. Einen Fission Generator bitte. Nach hier vorne, hier vorne, hier vorne, hier vorne und hier vorne. So. Gerade so genug Energie. Passt also perfekt. Ja. Passt perfekt. Ähm. Dann hätte ich ganz gerne noch ein paar Support-Commands. Und zwar diese vier immer. Da hätte ich ganz gerne ein wenig weitere Panzerung. Und zwar hat diese hier vorne immer. Und da außen können wir, glaube ich, als Supply-Star-Logtes lassen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hoch ein bisschen. 1100 sind wahrscheinlich zu viel. 1100 sind wahrscheinlich zu viel. 95. Auch noch zu viel. 1080. Zu wenig. 85. Zu viel. 83. Geht. 82. 82. 82. Das ist perfekt. Wir haben hier genau 1500 Support-Command. Und noch, glaube ich, noch eine ganz wenige Station. Ähm. Hemmelsfestung. 2,8 Millionen teuer. Aber halt, obwohl sie 2,8 Millionen teuer ist. Immer noch gerade mit 482k schwer. Schwer. Und deutlich weniger Support-Command als unser Titan. Aber okay, der Titan hat auch einiges an Zeugs. Gut, dann würde ich jetzt sagen... Ist die Rezessor soweit fertig? Wenn sie einfach mal gegen den Titan kämpfen sehen will, gebe ich immer ganz kurz einen kleinen Größen-Boost. Und dann geben wir sie auch auf 2200 hoch. Ja. Ähm. 8,7. Perfekt. Gut. Äh. Dann kommt hier vorne... Du musst mal weg. Der Titan ist von der Größe her perfekt. Ja, ist der. Sehr schön. Spawn a Knight. Titan. Spawn an Enemy. Himmelsfestung. So. Die Himmelsfestung nimmt sich erstmal... Okay, die Himmelsfestung ist 1 zu klein. Okay, jetzt so. Die Himmelsfestung kommt bitte auf 88 hoch. Safe. Das ist vernichtet. Wir nehmen eine neue, feindliche Himmelsfestung. Ähm. Die nimmt sich einfach erstmal ein paar Tanks, sagen wir. 50 Tanks. Und dann ein paar Kanonen. Wie viel Platz haben wir denn überhaupt noch? Einiges. Naja, wir haben halt jetzt mehr als die Hälfte des Platzes. Ich würde sagen, wir gehen auf 30 runter. Ja. Also 20 weg. Dann hätte ich ganz gerne, ähm, 15 Kanonen. Und 10 Schlachtschiffe. Äh, ja, doch. 10 Schlachtschiffe. Und dann den Rest in Bombern. Wie viel können wir noch? Äh, näher in Bombern. Oh, Bomber. Wie viel können wir noch? 50. Okay, also 60. Das heißt, wir nehmen jetzt 30 weg. Und fügen noch 30 Leichtjäger hinzu. Ist jetzt halt ein sehr Tank-basierter Ansatz. Aber relativ stark. 650.000 etwa. Der Titan. Ähm. Zunächst mal natürlich ordentlich Schlachtschiffe. 50 Schlachtschiffe mit. Und dann ein paar Tanks, um vorher die Dinge zu sichern. Ein paar Kanonen. In die Hinterhand. Ein paar Schlachtschiffe in Kleinen. Flottunterstützung nicht vergessen. Und den Rest in Jägern. Wie viel können wir noch? 135. Wir kommen also auf 145. Das heißt, wir nehmen normal 70 weg davon. 70 davon weg. Und in Leichtjäger anlegen. So. Damit haben wir hier vorne. Also wir sehen schon, die Titan-Flotte ist schwächer. Obwohl das jetzt eine vollkommen... Also das ist jetzt eine vollständige Kampfflotte. Die war auch um einiges teuer. Das sind wesentlich mehr Support-Schiffe. Der Titan war zwar eine Million billiger. Aber das sind fast 3.000 weitere Support. Also die da vorne kommt auf 2.200 Support-Schiffe. Und das hier sind 5.000. Und dementsprechend teurer war der Titan auch. Und der Unterhalt des Ganzen ist auch deutlich mehr. 600 gegen 1,6 Millionen. Die Support-Schiffe kosten bis auf den Flottenunterstützer. Der so gute 50.000 kostet nichts an laufenden Kosten. Aber die laufenden Kosten der Raumstation sind auch relativ gesehen zum Titan deutlich billiger. Der Titan ist natürlich 38 kleiner, aber bei der Größe ist kein Unterschied mehr. Gegenseitig angreifen bitte. Der Titan muss natürlich eröffnen. Die Raumstation kann das nicht. Hat aber deutlich größere Reichweite mit ihren Millionenkanonen. Und ist natürlich jetzt auch... Also die ist jetzt ausgelegt, um wirklich... Die Station selber... Um wirklich sehr schwer gepanzertefeindliche Ziele auszuschalten. Eben wegen den Millionenkanonen, die gegen Panzerung perfekt sind. Und man sieht hier auch die ersten... Deswegen setzt man keine Millionenkanonen gegen Jäger ein. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen langsamer. Weil genau das passiert. Man trifft die Jäger nicht. Wird hier irgendwo mal einer getroffen? Keine Ahnung. Also wir können Zeitbluten bloß anmachen, wie man die gerade sieht. Aber naja. Meine Schlachtschiffe treffen die Jäger jedenfalls. Überall. Meine Station feuert auch freundlich. Oh, feuert die eigentlich. Wo schlagen die Schüsse mal ein? Jetzt kann aber eine Schlachtschiffe dort rein. Man sieht, die Tanks werden einfach vollkommen vernichtet. Von mir und Kanonen. Wobei es nicht will, dass die Schaden an den Panzerung macht. Eigentlich soll es nicht. Wie trifft das hier? Das trifft das bei den Titan sogar schon. Ein bisschen kommt also durch. Wir können uns jetzt diesen Kampf hier vorne im Side-Loop machen. Ich will mal weiter ansehen. Lass uns aber einfach machen und schalten wieder auf Nummer rein. Okay, die Station feuert fröhlich auf den Titan. Der Titan steckt das alles weg. Das geht nur auf die Schilde. Die Support-Schiffe. Wie geht es hier aus? Okay, die überlegene Schlachtschiffstreitmacht des Titans zerfetzt einfach die Supports. Der Titan hat starke Versorgungsprobleme. Die Station hat in der Versorgung durchgehalten. Das verrichtet ihr jetzt einfach. Weil sie halt einmal schlicht und ergreifend mehr Supply hatte. Und man sieht hier gerade sehr eindrucksvoll, wenn eigentlich der Supply ausgeht. Oh, wir haben sogar selbst noch Support. Was haben wir noch? Wir haben noch sieben Kanonen, drei Schlachtschiffe. Oh, wow. Ich bin beeindruckt. Wirklich. Okay, die Kanonen wagen gerade irgendwie aus. Aber sie feuern. Und die Station hat das alles ziemlich gut weggesteckt. Also man sieht halt, wenn die Munition aussieht, das ist wirklich kack in diesem Spiel. Wir haben gelernt, dass 15 Unterstützungsschiffe für den Titan nicht ausreichen. Denn man kann sich nicht mal variieren, wenn man keine Munition mehr hat. Alle Waffen fallen auf, ich glaube 10% Effektivität und so weiter. Also die Himmelsfestung gefällt mir so wie sie ist. Ich glaube wir lassen sie auch zu groß, dass man ein bisschen normalen Titan aufhalten kann. Kostet aus mit 210 Labor im Vergleich zu 200, ja fast 400. Und wir brauchen jetzt nur noch ein paar ziemlich simple Dinge hier, die ich jetzt auch importieren werde. Ähm, und zwar Entwürfen. Eins, nein. Kanzel. Aus eins. Ähm, was ist das von der Himmelsfestung? Achso, die Himmelsfestung, okay. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich hatte eigentlich lange keine mehr. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hier ist der Scout. Ähm, importieren. Wo ist der Traktor? Und wir brauchen offensichtlich noch ein Minenschiff. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das vorgegebene. Und sehen uns das an. Ähm, was sind das beides für Schiffe? Das waren das einfach ein Scout. Größe 16. Mittlere Panzerung. Ähm. 11 und 12 Sekunden schnell. Und ja, halt einfach ein Scout. Relativ billig. Das ist das Wichtigste. Ich werde ihn allerdings aufgrund der neuen Veränderungen, die wir ja haben, auf einen Ionenantrieb festlegen. Denn es gibt jetzt die Turnrate Veränderungen und die sind für Scouts auch ziemlich wichtig. Und außerdem, naja, sind Ionenantriebe deutlich billiger. Das eben waren jetzt fast 36.000 pro Runde. Ich guck mal ganz kurz nach. Wie kostet der jetzt? Also nur noch 27.000. Okay, so viel ist das nicht mehr. Wahrscheinlich, weil es die Turnrate ist, haben sie den Ionenantrieb jetzt wieder wertvoller gemacht. Ähm. Und natürlich ganz gerne dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, wir waren ja nicht. So, Scout bleibt wie er ist. Hm. Wir haben halt ein schnelles eigentliches Schiff zur frühen Aufklärung. Und der Miner. Was muss man hier haben? Da brauchen wir einen Mining Laser. Der braucht man wahrscheinlich Energie. Und dann brauchen wir Cargo Storage. Was machen die Refineries? Hier Altprozessor. Cargo Storage. Oh, das ist gar nicht mal so scheiße. Aber brauchen wir auf dem nicht. Das bedeutet, wir kommen mit Mining Laser und Cargo Storage aus. Das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist wesentlich weniger komplizierter als ich dachte. Einfach ein Cargo Storage. Mining Laser. Wir haben halt... Ja, doch. Den kann man eigentlich so nehmen. Der Miner ist gar nicht mal so schlecht kontrolliert. Also von der Schiffsform her natürlich. Aber es ist ein ziviles Schiff. Da macht das nicht allzu viel aus. Und ich habe jetzt keine Lust mehr einen neuen auszudenken. Ohne wenigstens mal in den Aktionen gesehen zu haben. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Aber wir haben alles. Jetzt halt der Tractor. Und Tractor B muss mindestens ein Drittel des Gesamtschiffs einnehmen. Aber diese Panzer hier vorne brauchen wir ganz und gar nicht. Und dann noch ganz kurz Defense. So. Ähm. Und hier rein. Wie viel von dem Tractor Beam kann ich wegnehmen? Ist jetzt auch nicht von mir. Ganz drittes Schiff. Okay. Das ist das Maximum, das ich wegnehmen kann. Tractor Beam und noch die beiden. Und damit haben wir den auch fertig. Und dann exportieren wir die drei auch noch zum LP. Save. 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 Und die müssen wir euch auch noch da rein. Save. Exportieren. Save. Und exportieren. Save. Und damit sind wir auch schon fertig. Wir haben jetzt eine vollständige Staffel an Zeugs gebaut. Ähm. Ja. Was wir jetzt noch zum Abfluss machen, ist, dass wir unseren neuen Titan, der ja wahrscheinlich unser starkstes Schiff sein wird und auch unser Hauptschiff, gegen eines meiner alten Schiffe testen. Das mache ich immer am Ende. Das würde ich auch tun. Ich würde immer das momentan starkste Schiff, das ich hier gebaut habe, und den Stand in Support, den ich dazu hatte, irgendwo abspeichern. Das ist bei meinem Fall jetzt die Relikte. Relikte 1 und 2. Ähm. Relikte 1 ist der Zerstörer und Relikte 2 ist sein Support. Und dann würde ich die gegen mein neues Flaggschiff antreten lassen, schlicht und ergreifend um zu sehen, ob der wirklich besser ist. Das machen wir jetzt. Wir nehmen uns Relikte 1. Ich hoffe einfach mal, dass wir ihn besiegen können. Das ist nämlich wirklich schön. Denn den habe ich schon unglaublich lange und der hat bisher noch jeden Gegner, der versucht hat, ihn herauszufordern, besiegt. Wir machen jetzt auch mal ein Standard-Ding. So, wir hätten ganz gerne 10 Kanonen und 20 Schlachtschiffe. Also doppelte Anzahl an Schlachtschiffe und die Kanonen. Hätten wir ganz gerne die dreifache Anzahl an Schlachtschiffen klein und Schlachtschiffen groß. 60. Hätten ganz gerne genauso viele Flottenunterstützungen wie Schlachtschiffe. 20. Hätten ganz gerne genauso viele Tanks wie Schlachtschiffe in klein. Hätten ganz gerne einen Rest mit 100 Bombern und 100 Leichtenjäger aufgefüllt. Okay, das wahrscheinlich sind voll 10 Kanonen, 20 Schlachtschiffe. Ob man die hier vorne unbedingt braucht hat, ob wir da nicht einfach noch 50 jeweils nehmen und noch ein paar mehr Kanonen. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Aber ich setze einfach mal auf die kleinen Dinger. Kleine Schiffe sind im Momentan Meter, also im Momentan Multiplärspiel relativ erfolgreich. Auch wenn es eigentlich andere Typen von kleinen Schiffen sind im Moment jetzt vollkommen egal. Und dann würde ich mal sagen, lassen wir die beiden gegeneinander hauen. Natürlich erstmal noch ganz kurz checken. Der ist 0,82 schnell, der ist 1,5 schnell. Das heißt, er ist doppelt so schnell. Gut. Dann nutzen wir das einfach mal und sagen, Flagship furthest range keep distance. Also so, wir versuchen jetzt den zu kiten mit dem Typen. Mal gucken, ob das funktioniert. Der Vorteil ist halt, dass man den hier vorne ab dem Blüten des Spiels bauen kann, weil der keinerlei fortgeschontene Technik hat. Wir werden sehen, ob der den Kampf 1 gegen 1 gewinnt. Also wer von den beiden den Kampf 1 gegen 1 gewinnt. Hier vorne ist dann natürlich auch noch mit dem alten Support Schiff. Das ist noch bevor es die ganzen Unterschiede gab. Ein ganz simples Antrieb, Laser. Das ist glaube ich nicht wirklich schwer zu verstehen. Leichter gepanzert, als unsere momentanen Schlachtschiffe es sind. Wo sind die? Hier, Schlachtschiff. Leichter gepanzert, aber nicht minder tödlich. Und jetzt geht es los. Du fährst bitte auf den Typen wirklich. Der ist noch nicht in Reichweite, oder? Ja, okay, jetzt ist er in Reichweite. Unsere ganzen Jägerschwadronen und Zingling erstmal. Dagegen sind die alten Support Schiffe jetzt natürlich ganz klar keine Chance. Und der hier vorne hat auch nur die Raketenwerfer, die nach hinten feuern können. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall. Ja. Es steigt sich ganz gut. Es ist der erfolgreichste Kampf, den ich heute gegen ihn gesehen habe, sagen wir mal so. Und ich habe ihn heute nochmal gegen eigentlich alles, was ich da hatte, getestet. Deswegen war er auch am Anfang noch reingeladen. Der alte Zerstörer hier, das Relikt 1. Ähm. Okay. Also dafür, dass es ein Schiff der gleichen Größe ist, schon mal relativ gut. Er ist natürlich ausgesprochen, und das muss ich mir nicht lassen, er ist ausgesprochen billig. Er ist jetzt fast eine Million billiger und seine Supports sind auch wesentlich billiger. Wahrscheinlich wäre zwei von denen gegen den hier ein wesentlich fairer Sache. Aber er hat gewonnen. Und da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu unserem neuen Kampfschiff, unserem neuen Titan. Und wir nehmen natürlich die beiden wieder raus. Das Relikt 2 und Relikt 1. Und wir sehen uns dann im Einsatz mit all diesen ganzen Schiffen demnächst. Und zwar mit den Oko, bei denen wir keinen davon einsetzen können. Ähm. Okay, bei den Oko können wir nichts davon einsetzen. Die Haronen sind schon wieder Hyperdrive, die würde ich nicht spielen. La sind auch Hyperdrive. Faye könnten wir spielen. Mono könnten wir spielen. Nö, könnten wir spielen. Wir spielen jetzt als nächstes einfach Mono, weil ich da Lust drauf habe. Das wird uns nicht an die Reihenfolge, die hier vorgegeben ist. Wir spielen das nächste Mal Mono. Und wir sehen uns damit dann. Ich ausschädel mich und sage bis dahin, euer Tretaid. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut.